Guten Morgen und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch einen kleinen Nachtrag zu dem Video, das ich euch vor ein paar Zeit schon mal gezeigt habe. Und zwar habe ich von Goffi auf meinem Kanal ein Video über den Motorradfahrung im Achtzimmerweg von dem Gerne. Ich bin sehr gut gefreut von mir auch hier an. Heute wollen wir mal testen, wie der Zylinder bzw. wie die Leistung und das Drehmoment sich verhält. Und wenn wir den Zylinder auf den 24er einlassen, dann entsprechend den 24 in die Funilievergabe aufbauen. Das Werkzeug ist im Kameraum. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dem Kollegen. Und dann werden wir mal sehen, wie das das Ganze beeinflusst. Und ob wir in der Spitze noch ein bisschen nach Hause kommen. Der Ausdruck auf dem Zylinder Achtzimmerweg ist ein alter LTM-Protofüll. Dementsprechend ist das Ganze auch hier auf Drehmoment getrimmt. Und dreht nicht wirklich einmal. Ich zeige euch nochmal ein bisschen, wie wir das bearbeiten und ich das bearbeite. Es ist grundsätzlich bloß ein kleiner bearbeiteter Einlasskanal bzw. ein Anschluss für den Vergaser. Der Kanal an sich bzw. der Schlitz hat genug Fläche für den 24 Vergaser, meine ich. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal ein Stück weiter und ich wende mich dann wieder, wenn ich angekommen bin. Bis gleich. Ich habe euch das Fräsen jetzt einfach mal vorenthalten. Ich denke, das ist für die meisten von euch nicht allzu interessant. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist ein schöner Übergang geworden und ich denke, da hängen wir jetzt gleich mit dem Vergaser dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Natürlich Standard ohne Luftfilter, weil es eh überbewertet wird. Ja, also Steine, Dreck, Ratten, kannst du eigentlich alles mit durchziehen. Du ziehst alles mit durch. Das Weltaktor macht das nicht so aus. Ja, Quatsch. Sehe ich dir jetzt noch mein Moped vorstellt. Ja, mach. Ja, also das ist so. Alles ganz normal. Hier natürlich guten Toplacken. Lappen von MX24 ist keine Werbung. Sind ganz gut. Vorne haben wir eine 1.85er Felge. Natürlich Scheibenbremse ist was für Muschis, deswegen fahren wir Trondel. Keine Bremse kontrolliert. Ja, hinten ist 2.5er Felge. Natürlich hier mit den schönen Reiger überziehen, weil bitte Fame brauchen wir ja natürlich auch. Weil das Tankset reicht nicht. Weil hier aus haben wir noch rapsgelbe Originale, nicht gerade wert. Drinnen verbaut. Also das Herzstückchen hier. Das ist ein 5.8er Kenban. Drinnen haben wir 5 Lamellen von Ronge mit dem feinsten MZA Primärtrieb. Und jetzt ist der 24 schon Mikuni dran. Mit, keine Ahnung was für einer auf diese. Ja. Anschieben ist der Lifestyle, deswegen haben wir auch keinen Kickstarter. Auspuff. Ist der 105er LTM. Ja. 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 Und wenn ihr auch wisst, wie so ein 24er Vergaser im Vergleich zum 21er. Und das Band und das Laufverhalten von so einem Mauerwein fließt. Erstmal vorab, tut es mir leid, dass das Auto jetzt hier so laut ist. Das kann dich gar nicht ändern. Das ging serienmäßig so. Ich hätte die Kiste auch gern leiser, ist aber gar nicht hin. Vorher war ein 21er BVF-Vergaser bzw. BVF eine Abbauwand. Jetzt ist ein 24er Mikuni auf dem Sinne gekommen. Der Einlasskanal habe ich ein bisschen aufgeweitet. Wie ihr gerade seht, dass da keine Hörmücken stehen. Das ist alles ein bisschen von dem, die strömen kann. Und das Ganze hat sich jetzt folgendermaßen geäußert. Zum einen lief es erst ein bisschen schlecht. Das heißt, bei Vollgas hat der Motor so ein bisschen angefangen zu stoppen. Es hat geruckelt. Wir haben einfach mal die Hucke zum Herzkasten bzw. zum Luftwirkerkasten abgemacht. Das war das Problem, an dem vielleicht auch den Boden als mutterlich genug Luft bekommen. Werden wir uns demnächst mal noch mit dem Mondbau beschäftigen. Vielleicht mache ich das noch in einem Video. Und das wird auch für einige interessant sein. Nur mal aus einer mehr oder weniger Serienoptik, was die Erzkasten angeht, von dem Luftwirkensilinder herkommt. Das wird erstmal jetzt zugleich Mikuni und BVM. Der Mikuni hat erstmal ein deutlich besseres Ansprechverhalten. Wenn es um die Gasanlage geht, auch die Standlast ist besser anzustellen. Beziehungsweise hält es besser. Also auf Veränderungen und Einstellungen reagieren. Der Mikuni ändert deutlich weiter. Dann zur Wand und zur Leistung. Und der Mikuni vor allem obenrum, besonders im Überreferhalten, nochmal deutlich was dazu bekommt. Ich kann es euch jetzt nicht in der Kurve auf dem Prüfstand zeigen. Im Prüfstand habe ich leider auch nicht bei mir zu Hause. Aber auf jeden Fall ist der 24er obenrum im Band schon mal deutlich noch mehr. Es ist jetzt nicht so, als dass er sich fährt hier an, wie als es fährt ein ganz gutes Fahrzeug. Aber ich bin der Meinung, es ist einfach für einmal die Frise und nochmal eine kleine Decke an den Reistöne dazugekommen. Also grundsätzlich ist der Mikuni doch ein sehr schöner Schritt. Auch wenn er jetzt keine Ausverdoppelung der Leistung mit sich bringt, wie sich das manchmal vielleicht bei so einem Vorringchen macht. Ich denke, dass jetzt alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Nacht, je nachdem ihr euch ins Ganze schaut. Ich würde euch immer einen Daumen nach oben freuen. Aber es wäre auch wunderschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, yeah I'm going mainstream Damn So like what if I'm going mainstream